Alle mal herhören, Ladies and Gentlemen, wir suchen einen Mann, der seit 90 Minuten auf der Flucht ist, unverletzt, kann er im schwierigen Gelände 4 Meilen pro Stunde schaffen, daraus ergibt sich ein Radius von 6 Meilen. Ich verlange von jedem, dass er jede Tanzstelle, jedes Haus, jedes Lagerhaus, jeden Bauernhof, jeden Hühnerstall, jeden Schuppenhof, jede Hundehütte in dieser Gegend gründlich durchsucht. Alle 15 Meilen werden von Vollpunkte eingerichtet. Der Name des Flüchtigen ist Dr. Richard Kimball. Schnappt ihn euch.